A lowly tarnished Playing as a lord I command thee Okay Ist das schon wieder ein Ding? Hat's aber schon, ne? Äh, ich möchte trotzdem Erst noch die Waffe sehen Geitergeisel Viel Stärke Braucht man dafür Zeig mal her Ich möchte die nur austesten Das ist so eine Waffe, die ich eigentlich Immer gerne mag Jetzt haben wir gerade nicht mehr die Level und so dafür Gucken wir mal Ist das echt ein Speicherpunkt? So nah an dem alten An dem anderen Materialien sammeln Das darf man natürlich auch nicht vergessen Die Gnade berühren können wir auch nur Wenn wir von unserem Pferdchen absteigen Passten wir mal Ein bisschen Zeit vertreiben Bis zum Morgen Abends ist es so gruselig Ist hier selber schlecht Machen wir also lieber morgen Goldene Rune Oh hallo der Herr Kann ich auch Willens ändern? Oh Nice Bestien Leber Von dem Pferdchen Nicht gut Sorry Wo bist du? Wo? Wer hat mit mir geredet? Ich habe ihn nicht gesehen Oh Geht mit mir? Ist er in irgendein Busch versteckt Oder wie? Hallo Problem ist Ich höre über Lautsprecher Deswegen Merke ich überhaupt nicht Woher der Typ mich gerade anspricht Ist nur ein Dingens Hallo? Ah ne Jetzt verpasse ich wieder so eine Sache Oder wie? So was finde ich mal richtig kacke Nur weil ich keine Kopfhörer aufhabe Oder wie? Weil ich blind bin Wo ist denn der jetzt? Warum wird niemand mir in die Augen sehen? Ich bin nicht so ugly, bin ich? Du bist anscheinend so ugly Dass ich dich nicht mal sehen kann So hier? Ne Ah What the fuck Wie ugly bist du denn? Oh ja Ziemlich ugly Oh ja I remember Some clod turned me into a tree Oh Jupp Hast du Bock mitzukommen? Oh Ich hab gedacht nur ein Pilz Aber zehn Pilze sind okay Oh ja Wenn du dich nicht aufhörst Wenn du dich nicht aufhörst für einen Moment für einen Moment zurück in die und zurückbekommen und zurückbekommen etwas von aktuellem Wert Dann wäre ich wirklich mit dir, glaube ich. Genau. Aber ich brauche einen Moment. Ich bin... Ich bin froh von ihnen. Also muss ich mich sammeln. Meine Knappe beginnt zu knacken, nur über die Gott-Wall-Cave auf dem Wasser. Genau. Ich bin... Okay. An einem Ufer. Ja. Glaube da. Ist er denn? Hier ist auch ein Ufer. Aber da markieren wir noch ihn, damit wir auch wissen, wo der NPC wieder ist. Genau. Wir sind hier, ne? Markierung. Und zwar... Ja. Gucken wir erstmal hier lang. Hm. 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 Das Spiel ist auch super, super schön, ey. Das Spiel ist auch super, super schön, ey. Wann? Wann? Wie das ist wieder ein Mistkäfer? Ich meine, der bringt zwar nicht viel, aber wir holen uns ihn trotzdem. Komm, der Mistkäfer. ja. Oh, wait. Es hat uns tatsächlich was Gutes gegeben. Au. Wow. Wow. Du kommst über Steine? What? Du kommst über Steine? j. Hubert. Du kommst über Steine. Du kommst über Steine. Einfaller. Oh. Warum? mein gott ja der war aber anstrengend dazu haben wir dinge zu geben heidenstulken heidenstulken wiegen weniger machen auch ein bisschen schlechter stets also auch wenn ich schön aussehen ein ist doch bestimmt da wo wir hin sollen wirklich feuer danke vorher ist also hard counter gegen pferdchen wissen wir jetzt also schon gut to know